Hallo, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Matilde... Scheiße, stopp, schlitz, kaputt Läuft die noch? Na, tanz, Kleine So, wir haben jetzt herausgefunden oder Matilde wurde jetzt oder ist jetzt Level 100 Juhu! Du, 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 du Leider ist sie leicht vergiftet von den Juckapalmen Ich weiß nicht, ob das schon vorher war oder ob die wieder was geändert haben aber auf jeden Fall kann man sich eine Lebensmittelvergiftung holen von Juckapalmen Noch 24, 22 Sekunden weil ich Angst habe, dass ich jetzt an meiner Lebensmittelvergiftung sterbe habe ich jetzt vorsichtshalber einen Schlafsack gebaut Habt ihr gerade gesehen? Ich habe den hier hingelegt dass, wenn ich sterbe dass das nicht so dramatisch ist Ja, und wir wollten ja eigentlich so ein bisschen jetzt hier durch die Gegend fahren und so gucken, was diese Wüstenstadt noch zu bieten hat Klar, wir haben da noch zwei Ruhrgebäude Aber wir wollten auch sonst noch mal ein bisschen gucken Ja, einfach mal gucken rumfahren was es hier noch gibt und ich warte mal so lange bis deine Vergiftung da fertig ist Die ist weg Die ist weg? Ich bin nur noch hot Nur noch hot, okay Das ist mein Motorrad Das ist dein Motorrad? Ja Wo ist denn mein Motorrad das? Dann lass mal lass mal rumcruisen hier Ich folge dir Achtung, hier ist ein Loch Also links hier ist eine Feuerwehr Da hinten ist eine Kita In der Kita war, glaub ich, nichts Tolles drin, oder? Mehr Bücher Was ist denn das da hinten für ein Gebäude? Oh, wow! Der geil spricht denn da von hinten an Ach, ein scheiß Vogel Ja, Vogel Da ist so ein cooles Hotel Versucht hier mal zu überfahren So, was ist denn das? Cash Loans Ein Pornshop Was für ein Shop? Äh, hier so, so ähm Fundleier Ah, können wir mal reingehen Das klingt interessant Ach, ich kann den Vogel nicht erschießen Was haben wir hier noch? Und einen, äh Einen Dingsbums Warte, ich komm zu dir Oh, hier ist ein Wildschwein Ja, ich wollt grad dich, äh, vom Vogel befreien, aber Der Arsch ist dann doch woanders Ah, ich hab das Wildschwein gesehen Oh, oh! Oh, oh oh! Oh, 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 oh... Oh, oh! Oh, oh! Ich glaub ich hab' mich erwischt Es sind nur zwei Ohыл! Oh! Oh, oh, oh! Oah! Hilfe! OOO Wechsel den... Ich bin gleich tot. Gott sei Dank, hab ich den Schlafsack. Hinter dir Schlange. Scheiße, ey. Alter. Warum hat er jetzt die Waffe gewechselt? Und was ist hinter mir? Alter. Die machen wir fertig. Du darfst nicht sterben. Ich hab mein Bett hier in der Nähe. Die Schlange hat mich, glaube ich, fertig gemacht. Die Schlange? Ja. Die ist doof. Alter, hier ist aber was an Zombies. Boah, jetzt verbinde ich mich erstmal. Da hast du auch einiges angelockt. Aber das tötet ich jetzt alles. Für Strafe wird jetzt alles getötet. Das kam alles aus der Baustelle raus. Erstmal gibt's Schlangenfleisch. So, gehst du. Hm? Ach, du bist hinter mir. Ich mach das noch ganz kurz hier. Erruscht er mich? Kleine Kanalratte. So. Ey. Aua. Gut. Sind tot. Doch nicht, okay. Was war denn das hier vorne für ein Gebäude, wo die, ähm... Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil ich dann weg bin. Toll, jetzt hab ich natürlich nicht mal ein Schlachtermesser dabei, weil ich hatte ja eigentlich hier gerade ein Dings getötet. Ein Schwein. Also, wenn du was zum Schlachten hast, hier ist ein Schwein. Wo ist das Schwein? Hier, bei mir. Äh, da. Ja, ich hab was dabei. Oh. Achte, das ist ja auch offen hier. Weg. Weg. Da kommt noch einer. Oh. Ich hab gerade... ...Superschlag gemacht. Ey, ich eigentlich auch, aber ich treff den nicht. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sind wir fahren? Ja, der ist noch nicht tot. Ah, super. Ich wollte dich zum Schwein Ja, äh, Schwein Lass mal schnell zum Schwein Bevor sich das Weck auflöst oder so So, ich hab keinen Verband mehr Ja, wenn wir Aloe Vera sammeln Dann, äh Kann ich hier noch welche basteln Ja, ich wär auch über normalen Verband Ich kann hier noch welche teilen, warte mal Hier, ich schmeiß mal zwei raus Danke Okay Weiß jetzt gar nicht mehr, was das hier für ein Laden war Äh Ach ja, äh Laundry Ja, braucht man nicht, Laundry Da ist Stoff drin Na gut, dann hast du, da, das, da hast du recht Dann lass mal schnell rein Und dann, ah, hier ist noch was zum, zum Vogel Gibt Federn Da ist noch einer Hier ist noch ein Save Hast du viele oder nur? Ne, zwei normale Kommt's klar, ja? Ja Oh, ich bin Level 97 Juhu Naja, weil es ist wieder Hit da drin So, welche Waschmaschinen hast du noch nicht durch? Ich hab doch gar keine angeschaut Ich hab erstmal hier sauber gemacht Kann ich nachher auf ein Bier einladen? So, dann hab ich aber auch viel Stoff Ja, für Stoff war es aber eine gute Idee Na, und dadurch, dass wir mitten in der Wüste sind Können wir viel Aloe Vera auch sammeln Und haben dann hier gleich so einen kleinen Vorrat an Erste Hilfe verwendet Das ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste Ja, ich hab jetzt, äh, reicht an Stoff Ich hab über 40 Stoff jetzt Ja, ich hab ein bisschen mehr So, können wir ja eigentlich weiterfahren, oder? Ja, wir wollten das Nachbargebäude, glaub ich, durchgucken Ach, den Pornshop Ja, wo ist mein Moppet? Okay, dann packe ich da mein Auto vor Moppet Upsala Das war der falsche Button Dann guck, du mal kurz wegen, ähm Mach mal Autos, ich hol mal ein bisschen Federn und Aloe Vera Okay Soll ich eine Jucca einsammeln, oder soll ich es lieber liegen lassen? Nee, brauchst du nicht Wir haben ja noch Wildbret oder Gemüseeintöpfe Irgendwas in der Richtung haben wir ja noch da Und schaffen uns nicht noch eine Lebensmittelvergiftung an Eine reicht erstmal Ja Oh, wir machen uns draus Jucca-Saft, aber Nee, komm Wir haben ja noch mal noch mal ein Problem Oh, wir machen uns draus Jucca-Saft, aber Ja, wir haben noch viel Achja, den Girocopter gibt es, also ich weiß nicht, ob es vorher schon war, ob wir nicht genau nachgeschaut haben oder ob das jetzt doch mal in einem Update kam. Den Girocopter gibt es jetzt erst ab Level 120. Ich weiß nicht, hatten wir es schon gesagt? Keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir hatten erwähnt, dass wir, dass du jetzt Level 100 bist und das, äh, ich, vielleicht haben wir uns das einfach auch falsch gemerkt. Also ich weiß, dass es den als letztes gibt, quasi. Ähm, ja, mein Gott, dann 120. Das sind's. Jo, ähm, wenn du soweit wärst, lieber Heinrich, ich wäre soweit. Ja, ich komme gleich zurück. Warte mal, ich habe gerade was Komisches gesehen. Kleine Augenblick, was ist denn das? Eine leere Handtasche und das ist Müll. Achso, ich dachte, da ist vielleicht ein Eingang zu irgendwas Tollem. Nein, das war einfach nur Müll. Okay, äh, ist da ein schneller drin? Hier so einen einzelnen, schnellen oder leuchtenden Zombie kann man ja auch gut umkloppen mit dem Powerschlag, wenn man ihn trifft halt. Ja, ja. Denn ich habe mal ein Problem. Ne, ich habe den jetzt mit drei Schuss kalt gemacht. Deswegen, ich schaue da jetzt einfach ganz vorsichtig. Ich trenne schon mal um. Ja, hier draußen ist ein Banker, den hole ich mir mal gleich. Oh, das ist auch eine Schwelle. Krankenschwester. Wieder nach draußen. Na, irgendwas haut, will sich nach draußen hauen. Ja, das wird Krankenschwester sein. Bist du wieder reingegangen? Nein, ich bin hinter dir. Ach so. Ah, ja, da ist sie. Fuck. Sie kämpft gegen einen Spind. Oh, böser Spind. Wenn ich nicht andauernd daneben schießen würde. Oh, das sieht doch gut aus. Ach, da oben ist einer. Ah, unter der Decke? Ja. Sie nicht. Ja, ich habe ihn gerade erschossen. Ah, cool. Hier gibt es auf jeden Fall rechts eine Abteilung mit Waffen. Okay. Und ich habe wirklich das Gefühl, warte mal. Haben wir nicht Frames? Ja, man kann da oben hinklettern. Ja, ja, ich will einfach mal hochgucken. Deswegen, die Zombies brechen ja auch durchs Dach runter. Zum Beispiel die da. Oh, ich habe es gesehen. Also, du hast dich enthaupt jetzt quasi. Aber sowas von. Aha, ich verstehe. Hier liegen Waffenteile, aber da kommt man nicht so leicht hin. Ah, ich lasse dich da mal oben machen, ne? Ja, ich fall wahrscheinlich eh gleich runter. Hui. Hui. Da ran. Da am Regal gegenüber von... Ja, genau, da wo du hinguckst. Ja, genau, hast du schon geguckt. Perfekt. Da war einer Schienau. Ui, nein, au, ah. Falls du die gleich brauchen solltest. Oh, oh. Oh! Da habe ich mich erschrocken. Ach so, nur erschrocken? Brauchst du Hilfe? Ist nur schneller. Ist tot. Ich muss mich auch verbinden, weil ich blute. Wie sau. Da kommt noch einer. Den kannst du mir... Äh, danke. Wow! Leuchter. Wo? Ich lock ihn raus. Scheiße, ich bin hier in der Falle. Oh, warte mal. So ist das gut mit den Leuchten. Oh. Ups. Oh, oh. Oh, wir schießen uns. Ich war ein bisschen schräg. Willst du denn hin? Er läuft zu dir. Er läuft zu dir. Er kommt zu dir. Warte mal, kann ich nicht nachher hier durch? Scheiße. Oh, jetzt kommt er zu mir. Nee, Dicker. Schneller, Dicker ist hinter dir. Geh kaputt, du Tür. Oh. Oh, nimm das andere. Bist du draußen? Ja. Welchen hast du getötet? Den Dicken. Den normalen Dicken. Also. Wo ist der Leuchte? Ja. Da ist der Leuchte. Wo? Da. Oh, ich... Sehr schön. Ja, da hat er mich auch wieder leicht erwischt. Oh, ja, das ist eine böse Laterne. So, ich hab da was gesehen, da will ich hin, verdammte Angst. Wo denn? Ah, hier oben irgendwo. Okay, hier hinten warst du schon fertig soweit? Nee. Ja, ich hab bisher erst nur oben geguckt. Okay. Irgendein Zombie ist jetzt auch wieder gekommen, oder? Ah, nee, da. Tjo, geht's hier weiter? Ja. Hier, Level 1 Jagdgewehre zerlege ich, ne? Ja, hoff ich. Ja, hoff ich. Das braucht kein Mensch mehr. Ah, da hinten ist ein Zombie, glaub ich. Ja. Ein schneller. Okay. Aber so schnell war der doch nicht. Hab ihn nochmal schnell getötet, nicht, dass er... Cool. ... weil hier runterkommt. Aber es ist ein gieriger Sack, der gibt mir keine Bolzen zurück. So ein Arschlauch. Ja, Bolzen sind gerade der limitierende Faktor bei Ihnen ja langsam. Hunde! Ja, ich hör's. Komm mal lieber hoch. Ich hasse Wunden, hab ich das schon mal gesagt. Oh, da ist auch noch einer. Oh, oh. Das ist auch ein Flotter. Okay, ich bin... Oh, was ist denn? Oh, Zwischendecke. Ja, ich bin auch in der Zwischendecke. Aber wo da? Oh! Stripperin! Ah, hier gibt's noch ein Dach. Fuck. Was bist du denn? Ja, am Arsch der Welt, verdammt. Lad doch mal nicht die scheiß Büchse nach Kau hier kaputt. Ah. Dieser Wechsel mit der Armbrust ist mir manchmal echt zu viel. Ja, ich trau mich schon gar nicht aufs Dach zu gehen. Ich geh jetzt hoch. Da, nah, Kampf. Schon wieder nicht mehr. Da. Hm. Oh. Überraschung. Überraschung. Oh, das ist ganz schön fies Da hinten ist noch eine drin, warte Oh, das war eine schnelle Ausium Oh, die hat sogar was fallen lassen Mensch, haben wir gleich hier alle umgeknüpft Oh, die hat Stahlbolzen fallen lassen Nett Oh, hier sind noch tolle Sachen, Schatz, hier Hier ist nur fauler Müll Oh, Compound-Bogen Level Stufe 6 Oh Das ist nice Oh, zwei Eier Ich habe auch noch einen Compound-Bogen Level 4 Stufe 4 Ich habe nur einen Compound-Bogen Level 1, aber den kann ich dann ja zerlegen Ich muss mal nachher gucken, wie das mit dem Damage aussieht Ob der meine Armbrust mehr macht oder weniger Hm, okay Dann sind wir durch den hier durch, würde ich sagen, ne? Ja, hat sich gelohnt Ähm, hast dir nichts gebrochen? Ne, ich bin auf die Markise gesprungen Ich auch, okay Ja, die drei V-MT drin sind da scheiße nicht mehr drauf Ja Crimes, kannst du schnell noch machen So, der steht jetzt hier drin noch Oh Ach ja, die Hunde Ha, ha, ha Äh, nein, weg Ah Mach die Tür zu Mach die Tür zu Ups Hier ist dieses Hotel-Dings Na, was gibt's denn noch hier so Schönes? Poppy Pants Yeah Interessiert mich nicht Ups, Allah Wir fahren übrigens genau dahin, von wo wir herkommen Ach ja, so ein Chamway ist vielleicht auch interessant, oder? Chamway? Ja, so ein Foodladen Wo bist du denn? Ach ne, Working Stiff ist das Ja Ja Sau Working Stiffs ist immer gut Gibt's sogar viele Autos hier, wenn du mal guckst Links und rechts Ja Vogel! Vogel! Gut geschossen Oh, ich hab nen Motor bekommen Ah Hahahaha Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit dem Messer das Vieh töte, aber gut Das hat mich nicht verwundet Sehr gut Ja, dann klopfe ich mal hier bei so Scheiben an Guck mal, was drinne ist Ich sag's Bescheid, wenn die zu heftig für dich alleine sind, ne? Ja Ja, die klopfen mir, äh, hauen ja nicht gegen mich, die hauen gegen die Wand, die Boodies Ja, das dürfen so Na komm, du Klingst so Traurig, da helf ich dir mal So, ist da noch wer drin? Hallo, hallo? Hallo Da ist noch einer Hinter dir sind noch zwei Oh Warst du das? Ich hab auf nen Zombie gezielt Ja, und mich getroffen, aber Ich hab auf nen Zombie gezielt, wirklich Da ne Ecke war noch welche, scheiße Ja, wie gut, dass ich mein Bett hier habe Oh, das tut mir leid, Mathilde Oh, sorry Oh, nein! Jetzt bin ich zu entusiastisch von dem Ding, das unterliegt, und ich hab ein verstofftes Bein Gott sei Dank hab ich drei Dings gefunden Bist ja schon wieder da, Gott sei Dank, aber noch nicht reingehen Da ist noch was, ich geh nochmal vor Ne, ich hab mein Backpack zurück Weil irgendwas haut sich da noch Hä, was macht denn hier noch Krach? Hey, ich hab doch meinen Ver... Auf dem Dach wahrscheinlich Ah, das kann sein Wieso ist das verstauchte Bein, bitte, nicht? Toll, jetzt hab ich zweimal ein Dings benutzt Ja, die sind auf dem Dach Das nervt mich Wie lange dauert das? Okay, vier Minuten Ich guck mir mal das Dach an Okay Ups, war das dein Kopf, der da gerade explodiert ist? Das tut mir einfach halt Ah, ich krieg da einen Besuch Ah, ich krieg da einen Besuch Alter, da waren die zu dritt auf dem Klo Ich weiß ja, dass Frauen nie alleine gehen Aber das ist ja schon übertrieben Gib mir meine Bolzen So, das Dach ist dann soweit sauber Ja, meine Etage noch nicht Ich muss mal ganz kurz raus Ich bin ein bisschen überladen So, hab ich meine Frames hingesetzt Da Nee, das brauch ich nur noch So, dann komm ich mal rein Was ist denn hier der Eingang? Ach, das können wir auch noch mal aufheben Oh Oh, da ist ja eine ganze Menge los Ja? Ja Weiß ich noch mal Unter anderem was leuchtendes Oh, da bist du ja Die sind da hinter den Regalen Ah, perfekt Dann kann man sie irgendwie oben wegballern oder so Ja, die kommen da gleich raus Ich bin auf dem Regal Äh, ich hab irgendwas getötet Es gab 1000 Punkte Ja, das war der Leuchte-Zummy wahrscheinlich Anscheinend war der schon ein bisschen verletzt Haben sich wohl gegenseitig schon Verletzte Ich seh den nicht für den Schuss Ja, das soll wie Tontauben schießen Treffer Du hast ein Kuscheltier gewonnen Ah, ich sah an den Sonderpreis ab heute Los, noch mehr Ja, noch mehr Oh Die kommen gleich von der anderen Seite noch Ach, das ist nur einer Na gut Stimmt Ja, eine Tussi Lass die mal rein Die möchte gerne rein Wie komm ich jetzt nach hinten? Da klingt aber was komisch hinter der Wand Oh, da kommt noch was Da kommt bestimmt, dass das ganz schnell ist Oh, 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 oh Das hat mich leider erwischt Ist irgendwo eine Schlange Ja, ich glaub hier, äh, draußen Ja Oh, hier ist ja ganz viel, äh, ganz viel Oh toll, ich hätte gar nicht die Tür aufmachen müssen Die haben sich doch aus das, äh, zum Klo durchgearbeitet Richtig Toll, die hätten auch fast den Safe kaputt gemacht Der Frame, der da drum rum ist Ach, den haben sie schon zur Hälfte kaputt gemacht Den, ähm, Safe Oh, mein Kappo wird kalt Ach, Heinrich Stehlernefeuer Brauchen wir nicht Zumindest nicht in Level 1 Oh, scheiße Was ist? Ähm Kein Kommentar Was hast du gemacht, Heinrich? Ich glaube Der Safe Der war schon aufgeschlagen Jetzt dachte ich Der wäre nicht aufgeschlagen Ich habe weiter drauf geschlagen Und dann war der kaputt Ich habe eine Vorschlaghammer gefunden Soll ich dir damit ein bisschen Vernunft einhämmern? Ne, lass mal Haben wir echt schon alles durch hier? Hm War jetzt nicht so der Renner Ich habe jetzt nicht so die geilsten Sachen Also ich weiß nicht, ob du den Laden durchsucht hast an sich Ja, ja, da war nicht viel Okay, dann können wir hier wieder rausgehen Also Getränke, Schränke fallen mir gerade auf Habe ich nicht durchgeguckt, aber Und noch ein bisschen Wasser Ohi, du kannst aber schön springen, du Farmer-Bursche Ja, da Ich habe noch so einen Shamways-Laden Oder hier direkt nebenan ist ein Shotgun-Messire Shotgun-Messire? Oh Und die Feuerwehr Wir waren gegenüber vom Shotgun-Messire Ist doch geil Okidoki Können wir hier durch die Gitter schießen? Ich glaube ja Ah, ich sehe mich Leuchteviecher, Leuchteviecher Warte, hol nochmal meine Schrotflinte raus Scheiße Ich glaube wir sollten uns irgendwas Zoom Woa Achtung Ah, Schätze Ich wollte nur vorsichtig schießen nicht, dass ich hier schieße Ich habe mir jetzt auch einen gebrochenen Knochen zugezogen Ja, meiner ist jetzt schon verheilt Aber du solltest auf jeden Fall dann Verbände neu machen In der Nacht Ich habe ja nur zwei Ja, aber du hast doch Aloe Vera gesammelt, oder nicht? Ja Wir haben einen Stock Schnauze voll hier Ich bin Rambo mit dem gebrochenen Bein Ich laufe jetzt hier vorsichtig Mit meiner Shotgun am Anschlag lang Oh, mein Nachladen glaube ich, ja Aber wir sollten uns demnächst Zurückgegeben Und uns vielleicht den Revolverheld für morgen aufheben Ja, wir sind ja fast durch Also den Hintereingang brauchen wir jetzt nicht Ja, ich glaube, lass den mal rauskommen Oh, 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 oh Komm, lass uns abhauen Ja, da sind nämlich Bullen drin Ja, komm, hauen wir ab Das ist Mopped, ich stehe nicht, renne rüber Du, 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 du Ich bin oben Na ja, die legen jetzt da alles kurz und klein Sollen sie ausbrechen Hast du ein paar Friends abgenommen, nee, ne? Natürlich Von weiter unten Okay Na, die kommen durch Ach, die hauen sich da durch die Wand Ich hab doch 103 Bolzen Gucken wir mal Solange das Licht da ist, kann man ja vielleicht so ein bisschen auf die schießen 77 habe ich Hatte vorher, bevor wir gestartet haben, 85 Ich glaube, ich habe unterwegs welche Ich glaube, die haben sich beruhigt Und ab und an habe ich deine aufgenommen So Okay Dann packen wir hier erstmal wieder ein bisschen was rein Scheiße, ich habe Klebewand in mein Motorrad gepackt Ah Hast du Knochen? Ja Wir haben drei trübes Wasser Wir können Klebewand herstellen Oh, mach mal das doch Schmeiß dir mal die Knochen raus Ach, warte Klebewand packe ich dir So Können dreimal Kleber herstellen Ähm, und hier in dem Dings ist noch drei Aloe Vera Wäre cool, wenn du damit Ja, 30 habe ich Dann gib mir her da Ich habe auch ein paar Mods gefunden Mensch, jetzt haben wir schon über 300 Pfeile gefunden Äh, Federn meine ich Ja, mit Steinen können wir damit auch Bolzen machen Ja Ja, sind zwar nicht so geil, aber Oh 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 Ich denke, einen Tag machen wir hier noch in der Wüste Und dann fahren wir aber auch nach Hause Alter, von diesen 33 kann ich Kriege ich nur acht Aloe Vera Creme raus Naja, es sind immerhin acht Verbände, oder? Ja So, meine Armbrust macht 52 Damage Und Compoundbogen 29 Schade, dann behalte ich doch meinen Compoundbogen Compoundbogen, oder? Äh, Armbrust meine natürlich So, und damit das hier ein bisschen schicker wird Ja, ich würde sagen Warte, nix Ich muss hier erstmal Pflanzen aufstellen Damit es hier ein bisschen schöner ist Ich habe die mal mitgenommen Na, weil, äh, sieht das nicht so Ich kann mal ja auch noch die nächsten Bilder mitnehmen Ja, ich dachte Aber ich Die fahren, glaube ich, nicht mehr Ich dachte, wir machen uns das hier ein bisschen schick hier Okay Na, mal so ein bisschen pflanzen Sieht doch ganz nett aus Oh, warte mal Hier könnte man so eine Pflanzen-Bottich-Farm machen Wie so eine Ecke So Siehst du, sieht doch gleich viel schicker aus hier Unsere Liebeshöhle Soll ich auch noch ein bisschen Talg machen? Ein paar Kerzen? Ich mache ein paar Kerzen Warte, wir haben hier doch Fett Kann ich Talg kochen Talg hier Zack, kochen wir Talg Übrigens, der Kleber ist fertig Kannst du dir nehmen Ja, daraus muss ich jetzt was anderes machen Dann musst du erst mal Klebeband machen Ja, das ist aber easy peasy Machen wir gleich drei Stück Wollt ja nicht geizen, ne? Soll ich gleich zwei Schienen machen? Oder drei? Mach gleich so viele Schienen wie möglich Okay Dann mache ich mal gleich drei Stück Und einen benutze ich gleich Ja, dann bereiten wir uns auf den nächsten Tag vor Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch mal gerne ein Like Oder einen Kommentar Ein Abo wäre auch schön Ansonsten Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüssi Ciao 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 Vielen Dank.